Hey Leute, unter meinen Videos fragt ihr mich ja oft, in welcher Reihenfolge ihr die verschiedenen Tricks lernen sollt, die ich so zeige in meinen Tutorials. Deswegen habe ich heute einfach mal alle Tutorials, die ich bis jetzt gemacht habe, nach Schwierigkeitsgraden eingeordnet in verschiedenen Playlists. Das Ganze geht von Level 1 bis Level 6, später werden noch Level 7 bis 10 folgen. Wir fangen an mit Level 1, das sind so die Parcours Basics. Viel Spaß dabei! Das Ganze geht von Level 8 bis 10. Untertitelung. BR 2018 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 So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen bei der Orientierung, in welcher Reihenfolge ihr die Trick so lernen sollt. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Die neuen Tutorials, die in nächster Zeit kommen, packe ich natürlich dann auch in die entsprechenden Playlist, je nachdem, welche Schwierigkeit der Trick so hat aus dem Tutorial. Ja, genieß erstmal das schöne Wetter, habt viel Spaß beim Trainieren, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt und wir sehen uns beim nächsten Mal.